Oh, hier wird man vom Bürgermeister persönlich begrüßt. Wow! Oh, Leo DiCaprio und Johnny Depp und wow, Heidi Klum. Deutschland sucht das Superwachs. Ja, wo ist es denn? Hey, Sigmund Freud, zu dir wollte ich eigentlich immer schon auf die Couch. Und das am besten als Wachsfigur. Oh, holla, holla, holla. Ich hab's nicht gedacht, ey. Ich hab's nicht so gedacht, ey. Hast du dich so genau angeguckt? Bist du jetzt die echte? Nein, nein, ich arbeite. Aber ich seh so aus. Die Stimme ist gleich. Die Stimme ist die gleiche, aber ich bin echt, du bist verrückt. Ich könnte sie nicht leisten. Ich kann die Zahler. Nee, kannst du, komm. Nee, der hat mich erschrickt, den mag ich nicht, ich will den anderen. Ja! Wie haben Sie denn das erkannt? Kennst du doch. Nein, ich bin jetzt auch. Ah! Ja! Scheiße! Scheiße, der ist ja richtig warm. Wie meinst du das? Wir kennen uns kaum. Was heißt so warm? Entschuldigen Sie mal. Ich bin doch der Otto. Ich arbeite hier. Ja. 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 Wie schon lang gesehen, das sah heute ähnlich aus. Wie? Ja! Ach du! Ich bin doch wohl großartig. Ja. Ja, ja. Das war's. Ich hab's jetzt. Ja, ich hab's jetzt. Ha 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 ha! Gast weg! Ne! Hast du nicht gemerkt? Nein! Das ist ja komisch, dann hab ich jetzt aber zu uns. Ja, mitgeleih! Das ist ja gut. Was ist denn? Da kann ich ja sogar still sitzen! Ich bin nämlich eine Wachsfigur. Und er starr jetzt, wie er muss arbeiten. Ist er echt? Ist er echt? Hallo. Sieht er so echt aus, ne? Ja, ich meine, der bewegt sich doch gut. Hallo. Geatmet. Ist er nicht? Komm, setz dich mal mal rein. Ist er eigentlich gut? Ist er eigentlich gut? Wie sicher ist er? Gilly, gilly. Wie machst du Gilly, gilly? Ja. Ah! 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 Waarher kommen aus? 일ers στην Uuke in Bulgarien. Golgarien? portserm commerce. Sieht das? Sieht man. Sieht man. váxivرج. Sieht ihr? Otto verstehen sie Otto wachsig wachsig Ich arbeite hier, wie schreist du denn so kennst du mich nicht und warum schreist du so ich bin doch nicht echt Der bewegt sich